Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn heute wird etwas gelauncht, worauf ich mich schon seit Wochen freue, beziehungsweise woran ich seit Wochen arbeite und was hoffentlich ein ganz wichtiges Problem von dir löst. Denn wir alle wollen uns ja irgendwie gut ernähren und werden überflutet von Content und von Ernährung hier und Rezepten da. Und ich dachte, ich wollte jetzt einmal alles sammeln, einmal meine ganzen Rezepte sammeln und das habe ich jetzt gemacht. Und daraus ist jetzt ein Koch-E-Book entstanden, was genauso ist wie mein Content im Prinzip auf Instagram, nur einmal alles gesammelt. Ich zeige dir hier mal, wie das aussieht. Und wenn du generell Probleme mit deiner Ernährung hast oder dich einfach ein bisschen besser ernähren willst und mehr Inspiration brauchst, dann könnte das vielleicht für dich interessant sein. Und ich zeige dir mal, wie es aufgebaut ist. Es ist geteilt in herzhafte Gerichte und in süße Gerichte. Was mir halt ultra wichtig ist, ist, dass es nicht einfach nur irgendein Rezeptbuch ist, wo du halt leckere Sachen kochen kannst, sondern dass du immer auch noch was Medizinisches mitnimmst, wie diese Substanzen in deinem Körper wirken. Deswegen steht auch zu jedem Rezept nochmal etwas Besonderes. Und ich hatte ja unterschiedliche Reihen. Ich weiß nicht, was dich besonders interessiert. Wie du mit Essen deinen Stoffwechsel beeinflussen kannst. Wie du mit Essen etwas für deine Darmgesundheit tun kannst. Wie du mit Essen abnehmen kannst. Also diese ganzen Sachen sind darin verarbeitet. Und wir haben noch etwas gemacht, weil es nur ein Koch-E-Book ist und du hast da im Prinzip nichts in der Hand. Es ist ziemlich simpel, das auszudrucken. By the way, du kannst es auf deinem Handy dir angucken. Du kannst es auf deinem Laptop, auf deinem Tablet dir angucken. Du kannst es auch ausdrucken. Und dann haben wir noch, das wolltet ihr ja auch, ein QR-Code draufgepackt, wo du direkt zu dem Instagram-Video kommst. Das bedeutet, du hast jetzt einmal eine Übersicht mit allen Rezepten. Kannst du überlegen, hey, worauf habe ich denn jetzt Bock? Will ich das kochen oder will ich das kochen? Dann siehst du erstmal ein Bild von einem Rezept mit QR-Code. Und dann kannst du dir das Video nochmal angucken. Dann kriegst du noch mehr medizinische Infos. Und dann kannst du im Prinzip direkt schon loslegen zu kochen. Außerdem habe ich dir noch etwas dabei getan, was dir helfen wird, sich besser zu ernähren. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt bin, bin ich so im Default-Modus. Und wenn ich hungrig bin, gucke ich einfach nur nach den Sachen, die irgendwie lecker sind und schnell zu erreichen. Und meistens bemerke ich dann, dass ich Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, die ich einfach nur lecker fand. Deswegen habe ich dir einfach eine Einkaufsliste auch geteilt in bestimmte Aspekte, auch nochmal mit medizinischen Infos reingepackt. Damit du im Prinzip schon vor dem Einkauf überlegen kannst, hey, brauche ich das, will ich das? Damit du dann nicht irgendwie Sachen kaufst und dich danach drüber ärgerst. Einkaufsliste ist irgendwie so ein bisschen oldschool, aber es hat einfach ultra viele Vorteile. Und dann würde ich mich freuen, wenn dir dieses Koch-E-Book genauso hilft, wie ich hoffe, dass es dir hilft.